Steigere deinen Umsatz um 20% und mehr in nur 4 Wochen durch Leads, die du jetzt schon hast. 20% mehr Umsatz ohne Ads zu schalten, ohne Cold Calling, ohne Webinar, ohne extremen Aufwand. Weil wir alles für dich umsetzen. Und du zahlst nur, wenn du Ergebnisse siehst. Jeden Tag gehen hunderte Euro Adspend durch die Tür und im CRM staut sich ein großer Berg an Leuten, die nie ans Telefon gehen und nicht verwertet werden. Du erfährst jetzt, wie du vom ewigen, kopflosen Nachfassen im Sales und teuren, unerreichten Kontakten endlich zu einem System kommst, wo du mit nur denen telefonierst, die jetzt gerade mit dir im Kontakt stehen. Richtig gehört, du wirst genau wissen, was deine Leads gerade brauchen und hören wollen. Wie lange sie sich mit dir auseinandersetzen und anstatt irgendwen anzurufen, in der Hoffnung, dass diese mal ans Telefon gehen, sprichst du nur mit denen, die jetzt in dieser Sekunde an dich denken. Und du wirst deinen Umsatz so einfach steigern, wie noch nie. Und das bereits in wenigen Wochen. Ohne einen weiteren Euro Adspend, ohne dass dein Telesales-Team frustrierend die Zitronen ausquetschen muss. So, wie unsere Kunden im Schnitt 20% mehr Umsatz machen, innerhalb von nur 4 Wochen. Wir arbeiten mit führenden Marken und Persönlichkeiten, wie Hermann Scherer, der seinen Umsatz mit seinen bestehenden Leads innerhalb von nur 8 Wochen um 37,4% gesteigert hat, durch unser Ultima-System. Oder mit Monika Uhl, die mit ihrem Unternehmen über 65,9% mehr Neukunden macht, mit 97% größerem Bestellwert, nur mit Leads aus ihrer Datenbank. Wir arbeiten für Unternehmen wie Speakers Excellence, Greater, Tobias Beck, Detlef DeSoest, Jan Becker, Thorsten Wittmann und vielen mehr. Doch wundert dich das nicht? Ein Kontakt, der deine Werbung für spannend hielt, klickt auf deine Werbung. Er gibt seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer an, akzeptiert die Cookies oder die Datenschutzerklärung, drückt auf Absenden, nur um dann nicht ans Telefon zu gehen? Das ist kein Zufall. Der richtige Interessent braucht immer das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt. Mit dem Ultima-System findest du heraus, wer gerade kaufbereit ist und wer nicht. Und du kannst dann genau denen den finalen Impuls geben. Das Beste daran, du zahlst nur, wenn wir Ergebnisse liefern. Garantiert. Und wir setzen alles für dich um. Ein schlüsselfertiges, automatisiertes System, was jeden deiner eingeschlafenen Leads wieder zu heißen Interessenten macht, die sich von alleine in deinen Terminkalender einbuchen oder dir ein Signal für den Kauf geben. Und dieses Signal zeigt dir Ultima. Egal ob für 1000 oder 100.000 Kontakte, wir steigern den Umsatz im Schnitt um 20%. Ohne zusätzliches Ad-Budget, ohne Cold Calls, ohne Social Selling oder Webinar. Wie erreichen wir das? Man muss erst mal verstehen, durch die dramatische Informationsüberflutung der Neuzeit brauchen Menschen mehr Touchpoints denn je, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Das Hauptproblem? Alle legen den Fokus nur auf die Neukundengewinner. Jeder versucht mehr Leads zu generieren, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und neue Kunden anzuziehen. Dabei wird ein entscheidender Punkt übersehen, ausreichend Touchpoints. Also Kontaktpunkte aufzubauen, um den Verkauf für die breite Masse zu ermöglichen. Das Follow-up. Viele Unternehmen stecken ihre gesamten Ressourcen in aufwendige Ads und Kampagnen, um neue Kunden zu gewinnen. Sie generieren also weiter neue Interessenten, während die Leads in ihrer bestehenden Datenbank ungenutzt vor sich hin warten. Und dann beim Konkurrenten einkaufen, der dann das Budget hat, um dir in der Werbung immer einen Schritt voraus zu sein. Sie schreiben dann gelegentlich ein Newsletter, gratulieren zum Geburtstag oder lassen die Vertriebler random alle Leads anrufen. Erfolgreiches Follow-up sieht anders aus. Warum? Weil es niemanden gibt, der eine echte Strategie dafür hat. Die Marketing-Giganten setzen seit Jahren auf Branding-Maßnahmen, die sich dann mit der Zeit auch einfach auszahlen. Das dauert aber extrem lange. Und mit einem großen Team und achtstelligen Umsatz ist das auch kein Problem. Die Kleineren ziehen hier oft einfach nach und kaufen die Lösung der Großen, die meist gar nicht das verkaufen, was sie damals getan haben. Und so landest du dann bei School Communities, Cold Calls, Social Selling oder aufwendigen Branding-Maßnahmen auf Social Media und in der Presse. Doch alles, was es benötigt, um auf einen mehrfach sechs- oder siebenstelligen Monatsumsatz zu kommen, ist eine konstante Auslastung der Sales-Mitarbeiter mit kaufkräftigen Interessenten, die jetzt kaufen wollen. Und da verwerten wir jeden Lead und können genau sehen, wer jetzt wirklich drauf und dran ist zu kaufen. Und genau das ist das, was wir schon mit über 400 Unternehmen umgesetzt haben. Und wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Das ist auch der Grund, warum wir mit so einer Garantie rausgehen können. Kunden wie Dr. Martina Stotz, die mit unserer Hilfe im letzten Jahr ihre Umsätze verdreifacht hat. Oder Loft Film, Tim Taxis, Klicktipp und viele mehr. Wenn du also keinen Bock mehr hast, für jeden Lead teuer zu bezahlen, damit der Kontakt dann nie erreicht wird, das Sales-Team dadurch frustriert nach neuen, besseren Leads schreit und nur dann irgendwie einen Ausweg durch Branding-Maßnahmen und aufwendige Content-Marketing-Maßnahmen und gratis White Paper zu finden, dann ist es Zeit, jetzt einen neuen Weg einzuschlagen. Ich hole dich also nochmal ab. Erstens. Wir setzen ein System für dich auf, das dir hilft, dein Umsatzpotenzial aus bestehenden Leads maximal auszuschöpfen. Und du zahlst nur, wenn du Resultate siehst. Schriftlich, garantiert und für dich umgesetzt. Zweitens. Du bekommst volle Transparenz darüber, welcher Kontakt wann mit deinem Business interagiert hat. Dein Sales-Team werden die heißen Leads auf einem Silbertablett serviert. Und du erfährst von Verkaufschancen, von denen du sonst nie erfahren hättest. Drittens. Außerdem landen völlig automatisch neue Termine in deinem Kalender. Auch von Leads, die du längst abgeschrieben hattest. Und du machst entspannt mehr Umsatz mit minimalem Aufwand und ohne zusätzliches Werbebudget. Die Konsequenz? Du hast deutlich mehr Verkaufsgespräche, mehr Vertrauen in deiner Zielgruppe und erhältst dadurch viel bessere Abschlussquoten. Klingt spannend? Dann buche dir jetzt direkt dein Gratisgespräch mit mir persönlich, um alle Details durchzugehen und deine offenen Fragen zu klären. Mein Name ist René Schoppe und ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen. Buche dir jetzt deinen Termin.